Soll ich schließen? Du hast hier... Alter, hier ist so... Keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass es geklappt hat und ich gebe am besten, dass es so bleibt. Ich habe es direkt meiner Mama erzählt und sie war auch so, das kann doch gar nicht sein. Hört mich jetzt schon. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Big Clan Channel. Mein Name ist Max bzw. Charlie und es ist ESL Pro League 17 Zeit. Wir sind hier auf Malta. Heute ist Media Day. Mich kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht, denn ich bin normalerweise hinter der Kamera. Mich hört ihr höchstens, wenn ich mal so mit dem Objektiv mache. Heute ist der Media Day, also machen die Jungs heute ein paar Fotos, machen ein paar Interviews und machen ihr SSD Setup für morgen. Da spielen wir nämlich gegen Complexity. Wir picken uns später nochmal Hyped raus, denn da habt ihr im Community Tab hier auf YouTube ein paar Fragen an ihn gestellt und die gehen wir mal zusammen mit ihm durch und dann lernt ihr ihn ein bisschen kennen. Wir gucken jetzt einfach mal, was die Jungs machen. Das ist doch Kittuck. Das ist doch Nils Grune. Das ist doch Nils Grune. Wie geht's dir? Sehr gut. Seid ihr schon weit? Wir sind fast fertig. Wie war das Frühstück hier? Ja, aber nicht so viel Zeit. Zeit ist Geld. Wir haben einen Kursor angepfiffen und dann müssen wir aufbauen. Das ist der Spirit. Und für Matze ist es einfach ein Day in the Office. Er weiß schon, wie alles geht. Wurde alles erklärt. Was geht? Was, Bruder? Matze, Matthias Matze, Marcel Matze. Und wie war das erste Mal? Ist das besser? Spaß gemacht? Dann schieß mal. Soll ich schießen? Auf mich? Man schießt sich auf Menschen. Soll ich schießen? Du hast das nicht? Roman, mach mal Augen zu. Hey, hört auf damit. Wie werden jetzt? Wir versuchen, einen Kreis der ESL zu treffen. Okay? Die POV für den Block. Ich glaube, ich muss ein bisschen runterschießen. Ihr habt gesehen, das war Wind. Ich war drauf. Schießen wieder auf Roman. POV. POV. Aber wir haben Wind hier, ne? Wir haben Wind. Okay, ich muss ein bisschen nach rechts. Okay, auf Nils. Ich hab' gelernt. Der geht immer ein bisschen nach rechts. Spray-Pattern, direkt rausgefunden. Jetzt mach ich so einen auf Tour, guck. Meter rausgefunden. Warte. 0-0 K. Das Ding ist hier. Ich hab' auch jetzt. Ey, wie geht das hier? Wo ist eigentlich ein Carrin? Hallo? Let's go! Steak a couple! Steak a couple, ja. We need to the promised land, come on now. Come to the later land, we'll know what this is all about. This is, it's like a whole thing. Please. See, when you spend enough time in this room, you start doing stuff like this. Where in which, you know, you've got like grip tape and various things. Tell me about coming to Playden for big. Is that like a big thing to you? Yeah, that's the best German organization. Can I? Wow! Have you caught exactly the camp? Bro. It's impossible. I probably won't come back. Wow, that was close. Wow! Yeah. I'll do it, man. Do it. Do it. Do it. I have to catch him. Yeah, man. You see, Santa. I have to go a little behind. I have to catch him. I'm just a headshot, man. I'm just a headshot, man. Just a headshot. Just a headshot. Just a headshot. Just a headshot. Here, this is the best. This is the best. Here, this is Johannes. Nice French. Here, this is Marcel Pöhn. Little and a few. Better than Kato, I would say. You should know when you're in Nils. Das ist, wenn jetzt, darüber reden wir nicht, hier ist Party, also kommt gleich eine bessere Massage als jetzt. Was kann man denn noch so zeigen, ey, was cool ist, ist das hier, wir haben so, wie fölkt man das rein, siehe, weißt du das? Nö. So, dann drückst du so und dann kommen da so Snakes auf, so, wenn du so Nüsse hast oder so, glaub ich, machst du so und dann werden deine Hände nicht schmutzig. Hier sind schöne Bilder, das kann man sonst noch zu einem Pack-Count sagen, das ist echt gut, oder? Das war sehr gut. Alter, hier ist es so warm drin, Alter. Okay, da ist er. Moin. Marcel, Köhn, a.k.a. Matze, a.k.a. Matthias. Kannst erstmal erklären, wer bist du generell? Ich bin, äh, ich bin Marcel, bei jeder nennt mich Matze, zumindest so im Internet-Kosmos. Ich sitze hier gerade auf Malta, mit ESL-Tronik, mein erstes richtiges Aufmerksamieren mit den Jungs. ich bin, äh, ich bin gespannt, wie alles zu laufen wird. nationaler Ebene. Ich glaube, also bei den ESLM-Finals zum Beispiel, ich weiß jetzt, der Nüsse hat so ein paar Videos, Fotos und passiert mehr. Ihr konntet hier auf YouTube ein paar Fragen stellen im Community-Tab und ich lese die Matze jetzt einfach mal vor. So, äh, inwiefern unterscheidet sich denn eigentlich so dein Spiel, äh, Spielstil von dem von Rische? Rische war sehr, sehr frech in seinem Spielstil, also hat sehr viele offensive Moves gespielt und war auch immer sehr offensiv. Ich denke, ich bin ein wenig, äh, ich bin so eher so diese ARP, die so heute quasi so gespielt wird, eher so ein bisschen defensiver, wie die Meta momentan einfach ist so. Klar, jeder, jeder ARP macht ihre Moves, macht ihre, hat ihre offensiven Dinger, aber ich denke, die hauptsächliche Meta ist ja, ist ja momentan einfach viel so, siehe Giro, Simple, Jame, all die Top-ARP's, ARP's momentan. Ja, und Hype denn jetzt, ne? Und Hype jetzt, ja. Wie stellt sich denn so ein bisschen so dieser Spielstil von Big denn einfach um, um für dich? Ich denke, das muss man, wird man jetzt in den kommenden Wochen noch genauer sehen, glaube ich, so bis jetzt. Ich versuche mich gerade einfach so ein bisschen einzugewöhnen, die Jungs machen es mir zum Glück auch sehr leicht. Äh, ich lerne sehr viele neue Sachen jeden Tag, das ist sehr viel, aber ich merke jetzt schon, dass ich jetzt schon deutlich deutlich besser geworden bin als vor drei oder drei Wochen. Und deswegen, wie sich das alles so einspielen wird und was sich genau ändern wird, das wird man jetzt auch sehen. Dafür ist zu wenig passiert, aber ich denke, das wird man dann in den nächsten Turnieren sehen. Xorax hat zum Beispiel auch gefragt, wie war zum Beispiel der Unterschied, so die Umgewöhnung vom Academy-Team zum Main-Team? Ja, das ist an sich, die Umgewöhnung war nicht so schwer, weil wir relativ viele Call-outs und Strat-Namen und so gewisse Dinge, die waren gleich bei uns, die hatten wir übernommen vom Main-Team, beziehungsweise haben es extra so gemacht, damit es halt leichter ist, dann zu umsteigen. Die Spieler jetzt hier sind natürlich alle noch mal ein Stückchen besser, das ist ja klar. Das Level ist anders, die Craigs werden anders gespielt und generell dieser ganze Arbeitsrhythmus und wie man arbeitet, ist einfach Tier 1 und das merkt man auch. Xorax hat auch eine private Frage gestellt und zwar, was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt kein CS spielen würdest? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Echt zu sein habe ich mir da noch wirklich nie darüber Gedanken gemacht, also in letzter Zeit mehr, aber wahrscheinlich hätte ich den Standardweg gemacht, weil ich studiert oder eine Ausbildung gemacht, aber in welche Richtung genau oder was überhaupt, keine Ahnung. Ich bin einfach nur froh, dass es geklappt hat und gebe am besten, dass es so bleibt. Das ist übrigens die View hier, was sagst du den ersten Eindruck von Malta so? Ich muss sagen, eigentlich cool, eigentlich sogar sehr cool, aber das Ding ist, wir waren jetzt noch nicht weit draußen, wir sind gestern Abend um 20 Uhr gelandet, da war es stockfinster und bis heute ist ein bisschen älter alles, aber schön eigentlich. Wie haben eigentlich deine Familie und deine Freunde so auf deinen neuen Karriereschritt so ein bisschen auch reagiert? Ja, meine Eltern waren super stolz natürlich, also das kann sich jeder denken. Ich habe es direkt meiner Mama erzählt und sie war auch so, das kann doch gar nicht sein, wirklich, jetzt schon so. War auf jeden Fall eine geile Reaktion, hab mich mega gefreut und hab mich natürlich auch stolz gemacht, dass ich sie stolz machen kann, dass ich das quasi so, weiß natürlich schon, vor allem in Deutschland, sag ich mein komischer Weg, so Profi, Profi-Spotler, Profi-Spieler, so unterstütze ich jeder so, meine Mama hat mich immer voll sportet, deswegen war ich auch sehr stolz, dass ich dann jetzt quasi so mehr oder weniger geschafft habe, aber der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Ja, genau. Noch eine Frage von einem Skinwaron-Fan, was ist denn dein Lieblings-AWP-Skin? Lieblings-AWP-Skin? Ach, das höre ich. Also eigentlich, ich muss sagen, Dranglor ist schon sehr gut, also ich glaube, Prince, Dranglor sind so die Top 3 und ich glaube, das rotiert immer so ein bisschen so, was jetzt gerade oben ist, aber wenn ich eine von den drei hätte, wäre ich auf jeden Fall wunschlos glücklich. Welchen rockst du jetzt gerade so? Gerade hab ich die Desert Hydra ausgeliehen von Albedo, hat er mir geschenkt, äh nicht geschenkt, ausgeliehen. Tja, das war das. Ja, der hat er mir ausgeliehen, ist auch sehr geil, würde ich sagen, ist dann die vierte AWP, so mein Favorites. Und sonst hab ich gerade auch eine Asimov, ein paar Bigsticker und eine Whitefire. Die rotier ich immer so ein bisschen auf der. Wenn jetzt im Szenario mal Doppel-AWP spielen würdet, wer wäre denn so deine Wahl für die zweite AWP? Ja, ich denke, Josef spielt sehr gut als Second AWP. Manchmal, von gewissen Situationen sollst du Jarosch auch mal als Second AWP spielen, glaube ich, oder kann sie zumindest sehr gut spielen. Aber ich denke, ja, ich denke Jarosch oder Josef. Weise Wahl. Wer sind so deine Vorbilder und von wem schaust du zum Beispiel gern so AWP-Demos? Also Vorbild auf jeden Fall ist, oder das Vorbild auf jeden Fall ist simpel, eigentlich immer gewesen so. Obwohl ich sagen muss in letzter Zeit oder auch generell so in den letzten Monaten hab ich weniger von ihm geguckt. Ich hab mehr so, ich hab die Shiro geguckt, ich hab auch viel Jam geguckt. Ab und zu mal simpel, aber ich muss immer sagen, es ist schwer als simpel so, man versteht nicht mehr ganz genau, was er gerade macht. Also schwer zu beschreiben, aber eher so diese, eher so dieses CS-Region hab ich geguckt. Ja, okay, interessant. Das ist halt, glaube ich, einfach eine ganz andere Sphäre, in der sich der so bewegt. Ja, eigentlich muss man immer eine Dimo, zwei, drei Mal gucken. Okay. Tom fragt, worauf freust du dich jetzt so am meisten in der nächsten Zeit? Ja, auf die... Ich glaub, ein Turnier, was ich über Triebock habe, ist Rio, die Extreme Masters. Da hab ich über Triebock drauf. Vor allem, weil wir uns dafür auch noch mal so quasi so selber quantifiziert haben und ich da auch dabei gewesen bin. Und also, da hab ich viel über Triebock drauf. Das wird geil. Und natürlich sonst generell auf alles, was hier kommt, die ganze Turniere, die Zeit mit den Jungs, viel Spielen einfach. Hoffentlich überall, wo wir halt Antetrat teilnehmen, beizukommen. Immer schön deeper Runs. Und ja, das war eigentlich alles. Jetzt nicht so ganz aufs Team bezogen, sondern eher so generell, welche Map games du gerne? Was ist denn dein Lieblingsmap of all time? Kann auch eine sein, die jetzt nicht im Active Map Pool ist. Ja, klar. Ich glaub, wenn ich mir mal Facebook viel angucke, wahrscheinlich Mirage. Ich hab mit Abscham-Mais gespielt. Aber ich würd's vielleicht sogar sagen Nuke. Ich glaub so jetzt, ja. Letzte Zeit auf jeden Fall Nuke. Das ist einfach ne geile Map. Mach Bock zu zocken. Man kann viel machen. Man kann Gegner gut vernaschen. Das ist cool. Ja. Aber sonst, ja. Nuke. Nuke, ja. Okay. Aufweisbar. Nach so einem Arbeitsalltag oder beziehungsweise so privat, wie kommst du jetzt so mit der Alt-Köln-Seite Situation zurecht? Du hast jetzt locker ewig viel getalkt und so weiter und so fort. Ja. Ja. Wie findest du da auch Auszeit so ein bisschen? Ja, muss ich sagen. Also egal. Ist so. Ist ja immer so, wenn was Neues passiert, dann hat man so frische Winze. Ich denk so, es saug gerade bei mir. Also ich denke, ich spiel sehr viel momentan. Wir alle spielen sehr viel. Das ganze Team. Jeder gibt alles. Und dann macht's auch Bock einfach zu spielen. Und so. Ich denke, wenn jeder mitzieht und jeder quasi an einem Strang ist, dann geht das schon irgendwie. Klar ist man mal ein bisschen müde so. Und jetzt auch. Gestern war ein bisschen anstrengender mit der Reise und so. Abends muss man dann auch nochmal spielen. Und am Endeffekt, man macht das alles gerne so. Ist der Job, den man macht. Und eigentlich ist es ja das Leben, was jeder wollte. Und ich glaub, so handelt man das auch. Um das Ganze nochmal abzurunden, hat einer gefragt. Das ist jetzt eine sehr wichtige CS-Frage auch. Magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst, ja. In Brötchen und mit Senf. Wichtig. Wie, was hast du gegen Ketchup? Ketchup auch sehr gut, aber... Ja, okay. Vielleicht auch dieser Curry Ketchup. So beides. So auf Seite. Ja, weise Wahl. Sehr gut. Dann vielen Dank. Danke Jungs. Hat viele Fragen. Sehr gut. So.